Am Donnerstag, den 26. Mai, kam es an der chinesischen Universität Tianjin wegen der strengen Corona-Maßnahmen zu Demonstrationen. Studenten riefen nieder mit der Bürokratie und forderten, den abgeriegelten Campus verlassen und nach Hause gehen zu dürfen. Dutzende Polizisten kamen zur Universität, um den Protest zu unterbinden. Und das kurz vor einem der heikelsten Jahrestage Chinas. Nach mehreren größeren Protesten an Pekinger Universitäten schlossen sich letzten Donnerstag nun auch die Studenten der Universität in Tianjin an. Wegen der strengen Corona-Vorschriften der Stadt sitzen sie auf dem Campus fest und können nicht nach Hause. Hunderte versammelten sich auf dem Campus, um zu protestieren und riefen, lasst uns nach Hause gehen. Die Studenten entschieden sich bewusst für einen Massenappell, anstatt ihr Anliegen ausschließlich im Stillen gegenüber den Zuständigen oder dem Schulleiter vorzubringen. Besonders besorgniserregend waren für die Behörden die zwei neuesten Protest-Slogans. Nieder mit dem Formalismus und Nieder mit der Bürokratie. Was ist mit Formalismus gemeint? In westlichen Ländern hört man diesen Begriff selten, in autoritär geführten Ländern dafür häufiger. Laut dem chinesischen Wirtschaftsanalytiker Tang Jingyen bezieht sich der sogenannte Formalismus darauf, dass Situationen oder Ereignisse im Voraus geplant werden, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Die Studenten haben sich in diesem Fall über die monatelange Abregelung des Campus beschwert, vor allem deshalb, weil es in der Region keine neuen Corona-Fälle gab. Sie sagen, dass das Leben auf dem Campus schwierig geworden sei, die Preise für lebenswichtige Güter seien in die Höhe geschossen. Die örtlichen Behörden befallen allen Studenten in Tianjin, ab Freitag drei Tage lang in den Häusern zu bleiben und auf weitere Anweisungen zu warten. Den Schülern wurde mitgeteilt, dass sie bis zum Ende des Jahres auf dem Campus bleiben müssen. Bewohnern der Stadt ist es derzeit verboten, das Auto oder Ähnliches zu benutzen, nur Krankenwagen, Feuerwehr und Polizei fahren noch. Als einzige Geschäfte sind Supermärkte und Apotheken offen. China verfolgt seine strikte Null-Covid-Strategie. Der lange Lockdown in Shanghai und seine Folgen hatten kürzlich weltweit für Aufsehen gesorgt. Bei den Protesten an der Universität in Tianjin forderten die Studenten auf ihren Plakaten, erstens, dass sie nach Hause gehen dürfen und zweitens, dass alle, die an den Protesten teilgenommen haben, nicht bestraft werden. Berichten zufolge planen die Studenten am Samstag eine erneute Demonstration, um den Druck auf die Schulbehörden aufrechtzuerhalten. Der kurz bevorstehende Jahrestag des Tiananmen-Massakers in Peking dürfte das KPC-Regime zusätzlich beunruhigen. Am 4.06.1989 schlug das kommunistische Regime Chinas die friedliche Studenten-Protestbewegung brutal nieder. Der Mann, der sich damals den Panzern in den Weg stellte, ist weltweit bekannt. Viele Chinesen haben jedoch noch nie von ihm gehört. Eine Aufarbeitung der Geschichte gab es nie. Nachdem in den letzten Jahren bereits mehr als 396 Millionen Chinesen ihren Austritt aus der kommunistischen Partei Chinas verkündet haben, dürften die Studenten-Proteste die chinesische Regierung besonders in Schwitzen bringen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017